Wir haben ein falsches Verständnis für Erfolg. Wir glauben oft, für Erfolg brauchen wir zwei Sachen. Wir brauchen einmal Fähigkeit und Motivation. Das muss zusammenkommen. Nur Fähigkeit ohne Motivation, kennen Sie vielleicht, wenn Sie Kinder im Teenageralter haben. Nur Motivation ohne Fähigkeit. Solche Kollegen sind sehr gefährlich, sehr fleißig, aber keine Ahnung. Aber diese beiden Pole, Fähigkeit und Motivation, sind erstmal nur Leistung, noch nicht Erfolg. Wir vergessen einen ganz entscheidenden Punkt. Fähigkeit und Motivation wird nur dann Erfolg, wenn es jemand mitkriegt. Wir müssen das durchdringend kommunizieren und das wird immer schwieriger, weil die Fülle an Botschaften wird immer mehr. Und wenn Sie Ihre Ideen überzeugungsstark durchdringend kommunizieren wollen, dann empfehle ich Ihnen den Vortrag Überzeugen in 60 Sekunden. Die Power-Tools der Radiomacher, übersetzt für Ihren Kommunikationsalltag.